Und wieder. What? Wie jetzt? Warum? Okay, auf die Erklärung bin ich gespannt. Wenn es nur noch lebt, dann lebt ja Faith vielleicht auch noch. Was ist denn da, Bigby? Abusing a prisoner like that. Ich dachte, du könntest dich selbst kontrollieren. Ich habe keine Hand auf ihn. Ich wollte Dinge richtig machen, aber Bluebeard hat andere Ideen. Ich versuchte ihn, Snow. Ja. Okay, du musst das erklären, weil ich noch nicht mehr verstehe. Nach einer Konversation in der Taxi letzte Nacht, ich habe ein Telefon von Toad. Er sagte, dass sein Sohn ein Körper gefunden hat. Wir glaubten, es war Faith, während der Zeit. Getting sie zurück hier nicht einfach war. Aber hoffentlich, wir finden etwas auf sie, um uns zu schützen. Ich sollte da sein, Snow. Ich versuchte mich auf die Geschäftsordnung, aber es gab keine Antwort. Ich konnte dich nicht finden, oder jemanden. Also, ich habe es geholfen. Snow? Was ist das? Ich bin froh, dass du nicht tot bist. Ich auch. Ich möchte einfach nach dem Boden kommen. Was war denn das für ein Kopf, verdammt? So, okay. Und vielleicht ist das, warum sie getötet hat. Snow, es ist nicht deine Schuld. Aber sie sahen wie ich. Das kann nicht so sein. Wir müssen einfach herausfinden, wer das gemacht hat. Und warum sie glamouriert hat, um mich zu sehen. Ich meine, das ist das, was ist, richtig? So, was unser nächstes Mal? We're just keep doing what we've been doing. We do our jobs. And I'm supposed to do what? Sit around the business office twiddling my thumbs, waiting for the big bad wolf to solve all my problems? Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Dann was hast du gesagt? Ich habe dich gesagt, ich bin Mühe von sitzen. Ich werde nicht mehr als Aron-Girl für Crane sein. Ich möchte dich nur bemerksam sein. Ich habe fast verloren. Ich bin nicht deinig zu verlieren. Ich bin sorry. Ich weiß, es ist gefährlich, aber ich bin nicht hilfreich. Ich kann sich selbst beobachten. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. T.J. ist in der Mitte. Er war so nervös, er hat uns nicht mehr gesagt. Er hat uns nicht mehr gesagt. Auch jetzt, er hat einfach zu sprechen, nach einem bestimmten Moment. Er ist ziemlich schade, aber so, ich versuche nicht zu sein, dass ich... ... du weißt. Ich selbst? Genau. Ah, der Krieg war schon in. Ich weiß noch gerade, T.J. war der Sohn von Tod, ne? Hoffe ich doch, dass ich das nur richtig im Kopf habe. T.J. ist da oben. Ich weiß nicht, ob du ihn erst oder nachher möchtest. Aber lass mich wissen, wann du bereit bist, um das Körper zu sehen. Ich... ... ich will da sein. Ah, wie heißt der? Bufkin? Bufkin? Hast du eine Sekunde? Natürlich, Miss Snow. Hm. Okay, dann erstmal zu euch. ... ... ... ... ... Okay, dann auf die Sanfte. Hm. Ich bin auf die Nacht, manchmal in der Rive. Ich war nicht so schlecht, ich versuche. Natürlich warst du nicht. Wir wissen, dass du ein guter Kind, T.J. Du bist nicht in Ordnung, nur erzähl mir, was passiert. Ich war da, unter den großen Blocken, und ich hörte die Flügel. Und wenn ich das höre, muss ich nach dem Wasser gehen und bleiben, und ruhig und ruhig. Das stimmt, son. Dann habe ich... ich... ich sah die Frau. Es ist okay, son. Wichtig, Bigby. Ich war nicht. Ich weiß. Ich war nicht so. Ich war nicht so. Es hört sich ja nach Mafia-Methoden an. Das stimmt. Ich war nicht so. Ich war nicht so. Ich war nicht so. Ich war nicht so. Ich habe dir sehr bestimmte Räume. Du musst bleiben, und in der Zeit, oder? Das kann passieren. Ich habe gesagt. Okay, du bist. Hm? Hm? Hm. Sheriff? Did you see who it was? No! Hmm, they're cute. Thank you, TJ. Okay, son. You did a good job, kid. Come on, then. Hm. 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 The one about as well as I expected. Hm. Hm. You want to go look at the body now? Ähm, ein Moment. Erst möchte ich mich nochmal mit dem Spiegel unterhalten, glaube ich. Na komm, versuchen wir es nochmal. Vielleicht ist ja mittlerweile einer drin. Na. Hey, Mirror. Hallo, Bigby. Nice to see you. Ähm. What were you showing Mr. Toad and his son? Cinderella selling shoes. Rapunzel, Rose. And of course there's you. And I can't help note that you did not rhyme. Do try to stick to the rules next time. Yeah, I'll do that. Hm. Ähm. Okay, first of all the two. Okay Mirror, can you see, where the fuck is Tweedledee? Hm. Irgendwo am Kühlschrank. Toll. Where can I find Tweedledum? Äh, that piece of Scum. So, Chapeau. That hilft mir so gar nicht. Dann noch Lily. Eh, Holly. Mirror, mirror, show me Lily. And yeah, I think this rhyming thing is silly. Some things cannot be revealed. Once again, these lips are sealed. Figures. Eh, Holly. Mirror, mirror, show me Holly the troll. Or, uh, I'll throw you down a hole. No need for threats. Okay, this is in a bar. So, damit hätten wir das erst mal erledigt. Ja, wieso hängt da einer? Was ist das? Hm? Beruhigungspillen oder was? Snow's Perfume. Ja, Aloha. Okay. Was ist hier noch? Hier irgendwas Neues in dem Buch? Äh, nicht so wirklich, oder? Na, doch ein bisschen. Ja. Bell hängt daher auch irgendwie mit drin. Was haben wir da? Sind da wieder Tarotkarten, oder? Äh? Ah, doch, Tarot. Na, komm. Und die dritte Karte. Okay. Dann los. Gehen wir zu euch beiden. So, check out anyone, who fits that profile. You might start with Bluebeard. Right away, Miss Snow. Are you ready to examine the body now? Yep. Yeah. Oh, my goodness. I almost forgot. Na, wot jetzt? Wo war er so? Come on. Und schöne Brunnen. Tja, ich frage, was ist das? Da hatte Woody ja so Schiss vor. Hmm. Hmm. Wow. Kann man den nicht aufheben? Okay. Ne, nicht auch in dem Buch? Aber wer weiß. Wer weiß, ob das überhaupt die richtige Faith war? Hm. Na, bei Faith haben wir diesen Siegelring gefunden mit dem Symbol. Hier haben wir diese Brosche mit einem Symbol gefunden. Sie hat dein Perfum richtig bekommen. Wie würde sie wissen, wie du wissen, welches Perfum ich benutze? Du kannst das nicht beurteilen, du wirst. Auch ich habe die Bottle auf deiner Tasche gesehen. Ich habe das gesehen. Sie sehen das? Es könnte eine Brüse sein. Hm. Okay. Das war's. Jo. Ah. Hatspone, was ist das? Ach. Ich habe ein bisschen, was ist das? Träckmark. Träckmark. That brooch, too. Why would it change everything else? I've never seen one this sloppy. It might be a cheap one. Just to get the job done. The witches upstairs know what they're doing. That's why they cost so much. Unless someone is making glamours illegally. It's not technically illegal, miss. It's not encouraged, for sure. But there aren't any laws specifically forbidding it. So, there's some sort of black market for glamours? One would assume so. I imagine anyone with access to the proper books and training could theoretically produce a glamour. Yet another thing to worry about. Black market or not, it's a pretty good match. Look at that. The buttons aren't exact either. There's an extra one here. Hmm, let's see if she's here. Hmm, let's see if she's here. Hmm, let's see if she's here. Her fist is clenched. So, she fought back? No marks on the knuckles. Oh. Maybe she was grabbing something? Maybe. Nick. Ah, this helps ya nix. What are you doing? Only way to find out. Oh. Jesus, Bigby. What is it? Flowers. Yeah. Da bluten. Okay. You're right. These buttons are wrong. I wonder... What? Snow, do you mind if I, um... Open her coat? Bigby, just let me do it. It's not you, Snow. It's just a body. Sorry, that took longer than expected. What have you found out? Hmm. I haven't finished yet. Well, get on with it then. We can't waste too much time here. The killer might be preparing another attack as we speak. We should keep going. Okay. Are you wearing silk lingerie snow? Why do you want to know? I'm just trying to see if the clothes are exact. They're not. Okay. I'm gonna have it off again. Okay. I'm gonna have it. Was ist das? Sie hat das Perfum mit ihr. Es sieht aus, dass jemand es für sie hat. Also, jemand hat sie geholfen. Ich habe schon gesehen, dass es so ist. Es ist definitiv magisch. Die Wäsche sind nicht immer kraftvolle Objekte. Ich glaube, es ist nicht so nett, zu schlafen mit dem. Es ist eine Art Schmuck-Market-Magic. Wer weiß, was es könnte. Wir sollten es sehen, um es zu sehen, um es nicht gefährlich zu sein. Du hast vielleicht recht. Eine Art herauszufinden. Was? Es gibt etwas in hier. Wie können wir es öffnen? Hm. Ähm, okay. Also muss ich jetzt... Hm? Ey. Einen nach unten. Hm? Wird ja wahrscheinlich eine Haarsträhne von ihr sahen, ne? Ja. Ich denke, es ist meine Haar. Ja. Wer hat das gemacht, Big Pete? Ja. Ich bin mit einem Haarsträhne. Ja. Du hast mich verletzt. Ja. Du kannst dich ruhig sein. Es ist nicht so, dass du eine Haarsträhne gesehen hast. Wer ist sie? Das war schon nicht da. Wer ist sie? Hmm. Eh. Keine Wesen auf sie aufpassen.